Einen Job zu haben, mit dem man glückliche Menschen noch glücklicher macht, ist wundervoll. Und diesen hier in Almeria zu machen, ein richtiges Privileg. Almeria und Cabo de Gata haben einen besonderen Spirit, der jeden verzaubert, der schon mal hier war. Wir nennen es auch das kleine Paradies. Die Menschen, das Essen und natürlich das Meer. Es geht gar nicht anders, als entspannt zu heiraten. Ich habe das Glück, mit einem super A-Team zusammenzuarbeiten. Und wir geben wirklich alles, damit das Brautpaar und die Gäste einen Traumtag erleben. Oder vielleicht sogar zwei oder drei. Und Rosia Wedding ist ein Herzensprojekt von mir, welches schon vor langer Zeit in meinem Kopf entstand. Und mit den Jahren immer weiter gewachsen ist. Als wir mit meiner kleinen Familie nach Almeria gezogen sind, ging es gar nicht anders, als auf Zertner Meer zu planten. Und seitdem begleite ich wundervolle Brautpaare an ihrem besonderen Teil. Ich bin sehr froh, aber es war nicht anders. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Und seitdem die Musik. Ich bin sehr froh. Vielen Dank.